Auf Instagram, Pinterest und Co. löst dieser neue Beauty-Trend gerade einen Mega-Hype aus. Die sogenannten Helix-Tattoos sind gerade mega in. Sie sind wohl neben Ohrringen die schönste Art, unsere Ohren zu verzieren. Denn die zarten Motive machen sich einfach toll als permanentes Accessoire, sind dabei aber ganz zart und können bei Bedarf leicht versteckt werden. Die filigranen Tattoos werden dabei entlang der Helix am Ohr tätowiert und fast immer mit der sogenannten Hand-Poked-Methode gestochen. Der Tattoo-Künstler arbeitet dabei freihändig, also ohne Maschine. Wer noch einen draufsetzen möchte, der kombiniert die filigranen Tattoos mit diversen Ohrpiercings.